so viele krasse sachen werden mir reingezogen danke für und also danke an alle die es hier versucht haben aber ich kann es heute leider nicht mehr machen wegen steam so aber die brave kiste die jetzt noch auf oh man 10 euro in dem müll alles ab hier ab da nehme ich alles herzlich gerne hauptsache nix blaues weil die blauen sind alle für müll komm 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 10 euro und weg bleib stehen du f***er mann das wäre 5 euro gewesen ich weiß nicht ob die da er hat den einer in der behindertenschule gemalt den skin mann die kann man noch nicht ernsthaft den krieg mit pink besser hin wave spray mann größter rotz den habe ich in fünf minuten gemacht die textur so ich werde es jetzt auch überlegen ich werde es jetzt offiziell überlegen wie man eine ssg 553 wave spray textur macht ich werde es jetzt zeigen so ich kann euch ganz genau zeigen wie dieser mensch damals diesen skin gemacht hat man nehme ein screenshot von dieser low waffe macht sich neues dokument ja dann wird man sich die helle farbe hier zack wieder snackte sich um sie hier rein ich habe gefällt soll original so hat der mensch damals die textur gemacht so dann macht ihr eine neue ebene nehmt euch ein pinselwerkzeug den stumpfen ficker hier pinselgröße 107 snackt euch die dunkle farbe so und dann hat der idiot einfach das hier gemacht so das hat der typ auf dem skin gemacht und denkt der ist ein krasser stecher genau das ist das helles idiotenblau mit einem dunklen idiotenblau ein paar striche mit weicher kante gemacht das ist die original textur von der ssg 553 waves spray genau so hat er die gemacht und denkt er ist photoshop skater verdammter idiot man unterschrift wäre nice man ich würde die so gerne aufmachen die kisten aber ich kann die halt nicht einfach annehmen wenn wenn ihr die nicht gedingst habt wenn ich euer profil unterschreiben kann ach wisst ihr was ich habe eigentlich ein bock auf dem overwatch ich mal jetzt ein overwatch das ist ein absoluter witz die waffe gibt so viele kasse waffen workshop und so eine scheiße kommt rein ich komme jetzt noch mal jetzt noch mal einen leckeren hacker zum abschluss wahrscheinlich jetzt noch ein strike von dem wechsel weil ich geleakt habe wie er seine texturen macht der dachte halt ist top secret wie man solche krassen texturen macht da x7 memento ist eigentlich auch ein witz der wobei die schon ein bisschen besser es gibt so viel müll mann hier oceanform genau dasselbe nur umgedreht dunkelblaue faggot blau textur mit hellen blauen faggot streifen genau dasselbe der das save vom selben typ der hat's matt gemacht der hat die farben einmal invertiert und das hochglänzend gemacht und schwimmt in geld ja der ist zum aldi gegangen hat sich eine banane gekauft das ding auf den scanner gelegt und auf den skin geklatscht das ist einfach ein skandal hier was hier für leute reinkommen die mp7 nemesis ist geil sowas ist geil man die verdienst reinzukommen aber wer eine banane vom aldi im scanner einscannen auf den skin klatscht der hat safe nicht verdient ins game zu kommen so review evidence mal gucken was geht ja man muss erstmal auf die idee kommen mit der banane mann bin ich auch krass wenn ich jetzt ne benutzte sperma socke von mir in scanner hau und die auf meinen awp drauf mach mann da bin ich auch nicht krass und hab ne krasse idee gehabt awp socke wird bald im workshop sein von mir ja hotrot ist halt auch richtig low einfach nur rot metallic aber hotrot sieht wenigstens cool aus mann da hab ich respekt vor dem typen weil der ähm ne coole farbe gefunden hat das ist einfach ne botten ihr denkt halt ich trolle rein ich mach es halt safe morgen ich werde mal ne socke einscannen und mal gucken ob ich die irgendwie cool auf ne awp machen kann wisst du was ich mach das jetzt ich zieh jetzt meine socke aus ich zieh jetzt mal immer auf das overwatch hier guck mich mal nachher an ich mach das jetzt ich mach es einfach jetzt mann ja und jetzt bin ich krass koala furz oder was das wird ein geiler skin mann ich werde ihn morgen genießen dann benutzt der tampon jetzt nicht danke hurricane so wie machen wir jetzt texturen wird es halt unbearbeitet im workshop releasen ach so boah alter was kleben da dran aber die qualität ist ja geisteskrank was ist halt für einen krassen drucker wenn der denkt halt ich hab geträumt mit spermasocke ne es ist halt kein fake aber warum ist da ein loch denn hä das war der freund noch nicht awp spermasocke es wird kommen alter wie krank ist die qualität ich scanne jetzt irgendwelche sachen eigentlich hier ab kann man noch einscannen soll ich mal meinen xbox controller einscannen gucken ob das geht oh ein neuer abonnent das schmeckt super willkommen danke skidux ach guck mal fast na gut das war klar man das muss halt irgendwie was knappen sein vielen dank für die blumen vielen dank wie lieb von dir danke gusgamer ich hab nichts cooles zum einscannen aber ich muss mal aufstehen und gucken mal aufstehen oh ja 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 vielen dank für die blumen vielen dank wie lieb von dir gern nutzt mir das spermasocke so passt auf ich mache jetzt ein extreme special und ich werde danach meinen scanner sauber machen müssen ey wenn das klappt dann ist mein scanner aber echt geil ich glaub das ding wäre Müll so mach mal auf hier so wo kommst du da rein wo kommst du da rein so gucken was geht ey ist der geil der scanner ich dachte der wär richtig low farbig und aromatisiert damit der blowjob auch spaß macht man der ist krank ich glaube den verlinke ich echt mal unten meinen scanner an meinen drucker hier guck mal die qualität an man das ganze so bei google bilder hochladen jetzt ist alles glitschig hier fuck was habe ich für euch ein kondom verschwendet man wieder eingepackt das geht noch das geht noch mal kurz im scanner so was wollte ich jetzt überhaupt machen außer warum habe ich überhaupt angefangen ein kondom einzusetzen ich warte mal scheiß mal auf abp spermasocke ja danke hurricane aber vielleicht ist nicht die abp spermasocke die sind alle andersfarbig die kondom vielleicht kann ich eine abp machen wenn ich einfach den kompletten scanner die komplette fläche von meinem scanner mit kondomen auslege das dann immer rot gelb grün rot gelb grün pink gelb orange dann habe ich so so ein kondom alter kondom fällt awp kondom fällt rot ne blau lila rot orange gelb grün awp kondom fällt da muss ins game wenn ember fällt ins game kommt dann kommt kondom fällt erst recht rein so ich packe jetzt noch mal eins aus scheiße das ist auch rot sind die alle rot die sind alle rot ja scheiße das sind die erdbeerdinger ja okay dann ist doch nicht da muss ich noch mal los aber die idee steht und ich sage jetzt offiziell die idee war von mir an dieser stelle das erste mal genannt wenn das einer jetzt faked und ich mache workshop in der ap kondom fällt sehe werde ich klagen ich werde jetzt gleich das patentamt informieren dass ich diese idee hatte also fangt erst gar nicht an geht besser die riechen aber echt gut die dinger ne doch nicht die haben kurz ne maru haben gerochen aber dann doch nicht mehr vielleicht ist dann doch die socke mann so ich fahre jetzt rein diese socke wird in meinem nächsten thumbnail zu sehen sein und ihr wisst dann exklusiv warum dann eine socke im thumbnail ist ach und hier der faden heraus guckt das ist gar nicht kaputt das ist da ist die hacke das muss so sein jetzt mal ohne witz die qualität ist so krank war dafür was das ist gescannt das ist kein foto das ist vom scanner aber wie geil der die farben von dem fahrmann so pickt guter kaufmann der druck scheiße aber der scanner stopp